und zurück zur nächsten folge xenoblade chronicles 2 so es ist anscheinend hat es kämpfe gegeben in dem gebiet zwischen moa idin und indol glaube ich war das oder indol ja und da sollten wir jetzt mal nach dem rechten schauen die gruppe hat sich übrigens geändert wir haben jetzt ich bin jetzt aktuell mit der nir und mit poppy ich weiß nicht warum wir da muss wieder zu zweit spielen können oder mit zwei gruppen mitgliedern aber ich habe jetzt auf jeden fall mal heilung mit reingenommen und halt auf jeden fall im tank man weiß ja nie was hier kommt also rex ist erstmal auf der ersatzbank wo muss ich überhaupt hin sie hinten irgendwo hin dort hinten falsch gelaufen wer ist das das wer ist das die vorbereiten sind noch immer wieder wenn wir jetzt attacken können wir könnten was hast du gemacht senator roderich special inquisitor was hast du hier Der König hat gesagt, dass der Digby haltet. Er war sehr spezifisch, Senator. Wenn Sie es wiederholfen haben, Sie verabschiedet haben, Ihre Wille zu verabschieden. Der König hat nicht verabschiedet, dass Mora Dain's notwendig ist. Das ist für den König. Ihr Patriotismus ist zu verabschieden. Aber das kann nicht erklären, warum Sie mit Uriah wagen. Das war nicht ich. Ich habe das Wort nicht gegeben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort nicht erwartete, ohne die Verabschiedung von der Königin. Also, wer in der... Morag! Wer? Wer sind diese Leute? Das sind hier drin? Das ist der König der Ägis. Du hast ihm den gleichen Respekt als ich. Das ist er? Hm? Ich habe gehört, die Rümeren, aber dieser Mann? Es gibt Rümeren, nicht? Wow! Am ich wirklich so famous? Hast du eine Idee, wie viel es kostet, um eine Wasserstauber zu verabschieden? Es ist viel. Also, weniger famous, mehr infamous. Morag? Ist Mora Dain wirklich verabschiedet? Sie sind. Sie sind. Wie ich liebe es. Sie sind. Ich liebe es. Ich liebe es. Was ist passiert? Sie sind. Sie sind. Wie bist du? Sie haben. Sie sind. Wie bist du. Das ist ein paar Aufmerksamkeits. Ich weiß. Entschuldigung. Du bist richtig. Mithra? Wer ist zu gewinnen von einer Ardanien-Orienn-War? Wer gewinnen? Du meinst du? Jen und Tornak. Es ist sehr möglich. Aber wie? Vielleicht nur eine Coincidence? Masterpahn. Ich wünsche mir das. Inquisitor Morak, bitte. Du bist nur derjenige, der kann uns nicht auf das. Es ist ein bisschen late für das, nicht wahr? Aber ich werde nicht zurück und schauen. Brigid? Genau. Morak. Rex. Das ist ein Imperium. Wir können nicht für Ihre Hilfe in dieser Sache. Woher? Nicht, wenn es wirklich eine Coincidence ist, wie Tora gesagt hat. Aber... wenn Tornak wirklich involviert sind, wird das auch ein Problem machen? Aber... Denken Sie mir das als Kompensation für die Water Tower. Wie ist das? Ich wusste, dass du da gehst. Sie sind so leid, dass du das nicht schmerzt. Sie sind so leid. Sie sind so leid. Sie sind so leid. Sie können Sie sich wiederholen. Sie können Sie sich wiederholen. Sie können Sie sich wiederholen. Ja, wir sind in der Fall. Ja, natürlich. Ich werde Sie mitnehmen. Die Power nicht nur die Bläder, sondern auch gegen die Titans. Ich bin sicher, dass ich Unterstützung sein kann. Außerdem... Außerdem... Ich habe das drastendste Gefühl, dass ich da irgendwie zu sein sollte. Fan Lenorn. Du... Okay... Nun, wie lautet der Plan für die Eilreise nach Temperantia? Senator Roderick ist hier. Das bedeutet, im Hafen müsste ein adianisches Schiff vor Anker liegen. Dann gehen Toro und Freunde jetzt zu Hafen und suchen Boot. Alles klar, beeilen wir uns. Also, ganz ehrlich, das ist so entspann. Warum endet sich jetzt die Gruppe schon wieder? Gut. Dann machen wir das ganz einfach. Wir machen es einmal so, bitte. Und dann einmal so. Und dann ist es gut, würde ich sagen. Das bedeutet, dass ich immer wieder zu den Söldnertruppen umschalten muss. Aber es ist halt extrem viel, was man da sammeln muss. Und das muss man halt einfach nebenbei machen. Das heißt, ich muss auch unter der Aufnahme mal schnell immer wieder mal wegstarten. Das Agentum haben wir alles. Komm, wir machen jetzt das hier. First Things Clown und Tierform. Das ist optimal. First Things Clown müssten wir eigentlich auch haben. Und dann schicken wir die gleich los. die Kameraden Abflug. So, okay, wir sind erstmal beschäftigt jetzt. Dann würde ich sagen, go, go, go. Schauen wir mal, wo wir das alternische Schiff finden. Okay. 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 Können wir jetzt nicht gleich hin teleportieren? Dann brauchen wir nicht so weit rennen. Hafen. Genau. So. Gehen wir gleich hier hin. Dann brauchen wir nicht so weit rennen, Leute. We've arrived. Where do we go from here? Hey, remind me again why we bring in this banner. Because this sounds like fun. We're not on holiday. I've heard a lot about these Tauna people. They're the ones collecting core crystals, yeah? And besides, I can't pretend this doesn't concern us too. Not when they're calling themselves Tauna. Shall I? Okay. Schon wieder geändert. Okay. Was hat ein R hier? Was ist ein R? Ich sehe halt nicht, was R ist. Komm, wir machen ihn jetzt mal hier rein. Ist das Ihr Angriff oder was ist das? Müssen wir uns das gleich mal anschauen dann. Wir lassen es jetzt mal so. und schauen mal, ob wir mit Charakteren schauen, was er denn überhaupt ist. Zecke. Kämpfer. Angriff. Okay, erst Angriff. Boah, die wäre aber schon heftig. 93. Die Angriffsklinge bin hier eigentlich, ist ja eigentlich bei mir Pairiot jetzt. Aber wir müssen, das ist jetzt schon wieder so. Kann man nicht schon wieder nicht entscheiden, was man nehmen soll. Ein bisschen schauen, wie man durchkommt am besten. Kommissarin, ihr wollt nach Temperant hier reisen? Das Schiff steht zu eurer Verfügung, wann immer ihr es wünscht. Hier, aufbrechen. Sehr wohl. Leinen los, Männer. Sehr wohl. Leinen los, Männer. Wir sind in front. Wir sind in front. Unsere Titan weapon hat crossed the central border. Es ist advancing at about 40 Titan pets per hour. Oh. Ich will in front of it. Ist da ein suitable place to dock? Da ist eine Bay, ziemlich close by. Wenn du dort dockest, bist du hier. Du solltest du nach den Cliffs übernommen. Entstanden. Geh. Ja, Frau. Temperant, ja. Buch der Wunden. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal schnell gucken. Und zwar wollte ich eigentlich... Ich will mal was ausprobieren. Und dann wollte ich eigentlich nochmal... Äh, für ihn einen Wolfric mitnehmen. Warum kann die Klinge nicht entfernt werden? Ah, nee, oder? Ah, verstehe. Das ist die Hauptklinge von ihr, die kann ich nicht entfernen. Eieiei. Okay, dann müssen wir was anders machen. Dann werde ich... Schauen wir mal, ob es noch eine Heilung gereicht will. Ich habe ja auch noch... Ursula dabei. Und ich wollte mal... Ist vom Angriff ja noch nicht so gut. Warte, das lassen wir mal. Und wir nehmen... Weil zweimal das Wasserelement wäre eigentlich sinnlos. Wir nehmen hier noch... Ja, der Kosmos ist schon heftig, aber der ist noch besser. Ich bin so fasziniert. Ich war erst zu gehen, solo zu gehen. Okay. Hier können wir nicht mehr machen. Und er hat jetzt dementsprechend nur eine Klinge drin. Also würde ich sagen, passt auch so. So. Ach, mach ich denn. So. So. Hier können wir natürlich einiges machen. Und das ist meine true Macht. Das ist mein wahrer Kraft. Das Licht der Sinn der Justiz ist throbbing. Oh, ja. Das Licht der Sinn der Justiz ist throbbing. Oh, ja. Das Licht der Sinn der Justiz ist throbbing. Oh, yeah! Das ist mein wahrer Kraft! Okay, dann probieren wir es mal. Jetzt aktuell zwei Heiler im Team, ein Tank und halt Damage Diller, DDs. So, die dürfen eigentlich kein Problem drin hier. Okay, dann probieren wir es mal. Okay, dann probieren wir es mal. Jetzt, wir haben ihn mit dem Power. Und jetzt, wir sind mit dem Power. Ich bin mit dem Power. Und jetzt, wir haben ihn mit dem Power. Und jetzt, wir haben ihn mit dem Power. Und jetzt! Was haben wir hier? Okay, bring it up! New enemy in the mix! Break! We don't connect! Let's keep this up, and we'll win for sure! My thoughts are funny! Let us make you some enough! Now! Why not? Let's keep this up, and we'll win for sure! Break back! Why not? Break back! Break back! Let's show them what we really make sure! We'll beat them! With the power of dust! Get medium and gentle! I am pumped! Eagle eyes! Let's go! Entertain me! Radiance! Ha! It won't be that! Let's go! What?! Why not? What would you have me do? I am with you! Yeah! Pirate! Let's go! Rex! I'm with you! Burning! Sword! Axis! I'm with it! I wish me luck! Eagle eyes! Why not? You chose well! You chose well! Let's go! You're fitting it! Boom! Up! Anchor shot! Bass! Yes! Aye up! Sword back! Right, you assault! Yeah! What?! Browmark! Great! Gotcha! Blaze! No effect! I'm for sure! Right, you assault! Ha! Yes! For sure! Sword back! Yes! For sure! Great beam! I shall not lose! Finished! Is the culmination of... Dork of the healing haste! I want it's reload! Okay! Here we go! Rex! I'm with you! Burning! Sword! Sword! Great beam! I'm with you! I'm with you! I'm with you! I'm with you! Double spinning edge! You chose well! In I go! YAH! Burn up! I swear! I swear! I swear! He was great! He smashed! He smashed! Great! Burn up! Break! Now go! Burn up! Was ist das? Ich weiss! Na die Fall der! Bautoppel! Yes! High up! Double spinning edge! Shadowrunner! Three thermos, two arms, Lady Morag! Why not? Hit it now! Bauton edge! Having this makes me real happy! Bauton edge! Das war's für heute. sehr schön auf dem Motz jetzt Hey! I will not be able to die dead body. Great. I like your ass. I'm a great enemy. Be vigilant. So will you have to do it. Make your step retreat. You don't stand the chance to get this in. Hit it now. Let's do this. Break. You break. Why not? I felt your gaze back there, Lady Morag. Can I help you? Ah, that. I was just admiring your luck during this fight. Come out, come out. Wenn der schläft, dann lassen wir ihn. Ich muss noch mal schnell speichern. Fast 50 Stunden schon auf der Uhr. Heftig. So, jetzt müssen wir da sein. How awful. Hmm. They didn't stand a chance. Look. Over there. Watch out. Here it comes. Everyone, okay? Just about, I think. We have to stop it. How do we do that? On its back, there's an Ardanium drive mechanism. If we can somehow sever the cables connecting it to each leg, its energy supply will be cut off. It'll stop. Lady Mithra, I presume you'll be able to destroy them. Good plan. Sure. That sounds like a feasible measure. That is, if we don't mind reducing the whole area to ashes. What do you mean? I read instruction manuals. It's my job to know these things. The weapon is powered by vaporized Titan bodily fluids. The gas it makes is completely unstable. The slightest shock, and we have a giant explosion on our hands. There was an accident here just three months ago because we didn't see how unstable it was. If we just attacked without realizing that. Oh, damn it! Why make a weapon that dangerous? As long as we got the weapon inside enemy lines. Destroying the weapon would destroy them too. That was the justification given. That's so cold, it's almost impressive. That's exactly why the Emperor called a halt to the excavation. Can we gather the people on board? The control center is protected by ten layers of armor. The chances of it being breached or destroyed are low. But that armor is limited. It doesn't entirely cover the energy cables. So, it's them or nothing? How we get up on Titan's back! Up ahead. There's a spot where the cliff jumps out. If we can get up there, we'll be able to jump onto its back. But if our timing's off, we go head first down to the bottom of the cliff. And we have to make it a cross, avoiding its attacks all the way. I'll take care of it. Fan? I mean, I'll stop the Titan moving. While it's stopped, you all jump onto its back. Fan, you... All right then. But you better be careful. Don't worry. I will. Then let's go. Okay, we need to remove the cable through. Let's see if we can do it again. Where is he now? It's going to be a bit, if he comes to it. It's going to be a bit, if he comes to it. He looks not so healthy here. We can do it again a bit, if he comes to it. What have we heard? So, then we're going to go up. Okay, I think that the sequence will come, if we're up there. Hauen wir die noch ein bisschen weg hier. Yeah. 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 Die Linke 2 ist jetzt. Lass! Sofolo! Make Kast at Retreat! For sure! Radiance! Liner 2 ist ein. Ja! Make Kast at Retreat! Draw the enemy's defense! Rhym! Burn up! Burn up! Armour failed! Anger shot! Beat that! Give me the Orca! I am pumped! Spilling Dragon! I won't see that! Raging Worm with her! Ha! Flakes! Double spinning X! Ah! Flakes! I can use Elevator. Isn't a great fire! Was ist denn? We can use the We can use the Armour failed! We can use it! Let me handle this! Gotcha! Unished your power! Ready to meet your maker! Handbottom! Awesome! Sehr schön! Läuft, würde ich sagen. so können wir jetzt da hoch oder können wir da nicht hoch ja dann können wir normalerweise lang da hinten gibt es auch noch was das holen wir noch schnell und dann würde ich sagen speichern wir einmal und dann probieren wir mal ob wir das mit dem kabel da hinbekommen nehm kabel da hinbekommen die 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 Was ist das? Okay, dann auf geht's auf den Rücken. Der ist schon ganz schön knapp da. Ja, dann auf den Rücken. Ja, dann auf den Rücken. Hier, es hilft mein Víctor. Ja, dann auf den Rücken. Was ist das? Das wird die Rücken. In I go. Ich bin auf den Rücken. 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 Das ist das. Das ist das. Ich zeige ihnen, was wir wirklich brauchen, wenn wir das nicht tun können. Oh, du kannst das nicht tun. Was? 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 SWFT SWFT Geht so tief aus einreißen.. Was? Es ist bekannt. Was das war genau hier? Okay. Okay. Wir müssen anscheinend auf das Kabel irgendwie. Okay. Wir probieren mal. Wir schicken die anderen auf das Vieh jetzt da drauf. Und ich geh nach hinten zu dem Kabel? Okay. 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 Die anderen scheint es im Griff zu haben. Okay. 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 Und wenn das ist, ich hätte etwas machen können. Das war nicht gerade berauschend. 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 Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Bloß irgendwann ist die Nia da zu mir rüber gerannt. Das werden wir natürlich nicht. Also schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.